Genauso spielt man DayZ. Nicht ducken, nicht kriechen, einfach laufen. Da geht die Tür auf, da kommt gerade einer rausgekrochen. Den hacken wir von hinten nieder. Ja, der kommt da gerade raus. Der hat mich aber schon gesehen, ne? Ach nix. Ach der hat zugemacht. Okay, ich laufe auch wieder vorne vorne. Ich heizte die ganzen Zombies auf den Hals. Ist er weggelaufen? Nee, da liegt noch der dritte. Doch, voldo. Was ist denn was? Nee, passt mir egal. Hör uns blenden. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Rauchgranate, Feuer. Ist tot. Schau wie zack. Noch ist er nicht tot anscheinend. Boah, ist jetzt kaputt. Ganz mittels. Rauchgranate, was ist das denn? Hast du denn gemacht? Die ganze Hütte gesprengt. Super. Eine Rauchgranate. Ich habe keinen Schaden genommen, du. Ich auch nicht. Der Typ ist aber irgendwie... Ich habe einen Headshot gekriegt, aber keinen Kill. Der muss doch tot sein. Geh mal weg. Ich hake noch ein bisschen auf den einen. Warte, warte. Der ist doch tot. Du hast doch die Fliege schon. Okay. Ich wusste gar nicht, wie ich das Gebäude zerstören kann. Was hat er denn? Gut. Die ganze Hütte ist zum Atmen. Er leuchtet da mit der Flashlight rum. Ich bin zum Tagsdrein. Wie kommt man denn hier raus jetzt? Hier. Ich habe die ganze Hütte zusammengebrochen. Check hier. Mit einer Rauchgranate. Sobald das ist, was ich bei mir. Die haben die Aufmerksamkeit, die auf dem Moment, Ich habe mehr dabei genommen. Vielen Dank.